Oh, Lamy, sofort aufwachen! Sofort aufwachen! Warte mal, wo bin ich denn hier? Emily? Wo sind wir hier? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind im Gefängnis. Im Gefängnis? Wir waren doch noch gerade zu Hause. Wow! Und was ist das denn hier bitte für ein Gefängnis, Emily? Oh, ich weiß es nicht. Das ist total eklig. Guck doch mal die Toilette. Und die ganzen Käfer, die aus den Wänden rauskommen. Ich möchte hier raus, Emily. Oh, das ist sowas von eklig, Lamy. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie entkommen. Und der einzige Weg wird die Toilette sein. Die Toilette? Was? Nein, ich gehe niemals durch diese Toilette raus. Da ist ja ganz viel Kacke drin. Und guck mal da, aus dem Rohr kommt auch noch ganz viel Kacke raus. Oh, und hier liegt überall Rotze rum. Wie eklig. Oh, was sind das denn hier für Bilder? Ich glaube, du hast ja gar nicht hingeguckt. Wow, hey, warte mal. Ich muss das hier aufziehen und... Guck mal, wie stark ich bin. Wow, du bist ja wirklich stark. Aber Emily, Moment mal. Komm mal zurück. Komm mal zurück, Emily. Hier ist ein Bild von dir. Äh, warte mal. Was redest du denn da? Gleich kriegst du auf die Nuss, Lamy. Äh, oh Mann, ey. Aber... Hey, Freunde. Ich bin's, Lamy. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall erstmal diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos auf gar keinen Fall mehr verpasst. Und schreibt noch ein nettes Kommentar über mich oder Emily. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lamy-Army. Oh, ja. Aber, Freunde, ihr habt richtig gehört. Wir müssen aus diesem Horror-Gefängnis endlich rauskommen. Denn das ist wirklich ziemlich eklig hier, Emily. Wie du gesagt hast, wir müssen jetzt endlich raus hier. Oh, aber bist du dir sicher, dass wir hier einfach runter sollen? Ähm, ja. Oh, oh. Der ist einfach runtergefallen. Hast du das gesehen, Emily? Oh, was ist denn jetzt? Oh, da ist er ja wieder. Oh Gott, Lamy. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin doch so schlecht. Oh. Oh. Los, Emily, du schaffst das. Das war ja total einfach. Wow. Oh Gott, okay. Und guck mal, wir haben sogar ganz, ganz viele Freunde hier bei uns. Okay, Emily. Oh, yeah. Hier sind die Rohre kaputt. Auch easy. Oh, nein. Doch nicht so easy. Naja, egal, Emily. Wir versuchen einfach gar nicht zu sterben. Oh, Emily. Hey. Das hättest du ein bisschen früher sagen können. Na gut, wir versuchen jetzt wirklich nicht zu sterben, Emily. Emily, du, du weißt doch, wie schlecht ich bin. Oh, Freunde. Wir wissen alle, äh, Emily ist die Beste in Obbys. Oder, Emily? Äh, ja, natürlich. Ich hab sogar deinen Preis dafür bekommen. Oh, glücklich. Oh, Glückwunsch. Du hast es endlich geschafft. Nach zehn Jahren. Oh, warte mal. Ist das da hinten etwa Blut? Blut? Moment mal. Lass mich mal gucken. Und da steht Stay Back. Das heißt, wir müssen zurückbleiben. Oh, drunter hier. Oh, oh, oh. Moment mal. Was ist das denn hier für eine Folterkammer, ey? Weißt du, was das für ein... Oh, Gott, oh, Gott. Was war das denn? Hast du auch dieses Gruselmädchen gesehen? Oh, ja, das habe ich gesehen. Aber weißt du überhaupt, was das hier für ein Stuhl ist? Oh, das hier? Das ist doch nur ein Massagestuhl. Ein Massagestuhl, sagst du? Oh, Gott, oh, Gott, Lahm. Ich will es gar nicht aussprechen. Aber hier werden Leute drauf getötet. Auf diesem Massagestuhl? Ähm, okay. Das ist doch kein Massagestuhl. Oh, Mann, oh, Mann. Na gut, Freunde. Wir gehen einfach mal... Oh, wow. Was ist denn hier los? Emily? Ich glaube... Oh, Emily. Was ist das hinter dir? Hier. Oh, Gott, oh, Gott. Ich glaube, das ist der Gefängniswärter. Oh, Emily. Oh, Gott, oh, Gott. Du wurdest geschnappt, oder? Aber ich habe es geschafft. Oh, und du schaffst mich niemals. Freunde, guckt euch das mal an. Das hier ist der Gefängniswärter. Wie sieht der denn aus? Ich werde nicht auffressen. Komm zu mir. Oh, Gott, oh, Gott. Der hat sogar eine Sirene auf dem Kopf. Wie gruselig ist das denn? Emily, du musst jetzt schnell zu mir. Und wir haben es geschafft. Und durch hier. Wow. Oh, Gott, oh, Gott. Okay, Freunde. Das heißt, wir müssen hier im Gefängnis nicht nur ausbrechen, sondern noch von diesem Gefängniswärter aufpassen. Okay, warte mal. Wir müssen den Hebel umschalten. Moment mal. Das machen wir ganz kurz. Und... Okay. Ich glaube... Ah, okay. Ich verstehe. Moment mal. Zack und zack, Emily. Ich bin durch. Und ich bin auch durch. Wow. Ich werde immer, immer besser, Lamy. Oh, Freunde. Pro Like wird Emily immer ein Stückchen besser. Deswegen, Freunde, müssen jetzt auch wirklich alle dieses Video liken, damit Emily endlich gut in Obbys ist. Hey, warte mal. So schlecht bin ich auch nicht. Oh, Gott. Da unten ist Lava. Warte mal. Wow. Okay. Oh, warte mal. Ah, verstehe. So, dann komm mal schnell rüber, Emily. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott. Ich dachte, das ist mein Ende, Lamy. Und... 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 Emily, du schaffst es. Und... 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 Oh, 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 Gott. Du wurdest verbrannt, Emily. Hey, wer hat denn in den Hebel gezogen? Ähm, das war der Geist. Oh, Gott, oh, Gott. So, Emily, du schaffst es. Noch einen Sprung und... Tada. Oh, ich hab's geschafft. Wie gut war das denn? Ähm, das war wirklich super gut. Wow, guck mal, die sind Laser, Alter, okay? Oh, ähm, okay, ich glaub, die haben das Spiel nicht verstanden. Emily, wow, du kannst doch nicht einfach aussterben. Äh, also, ich wurde einfach gebrunzelt, würde ich sagen. So, ich bin jetzt auf jeden Fall ganz oben. Hey, der Letzte, der oben ist, der stinkt. Äh, warte mal so. Ich stinke nicht. Super, da bist du wirklich stolz drauf. So, oh, was ist das denn hier für eine Kammer? Juh, das ist ja wirklich egel. Ich glaub, die müssen hier mal ihr Wasser reinigen. Hm, das ist doch lecker, da kann man draus trinken. Oh, Lami, du bist echt, echt eklig, muss ich sagen. Hm, warte mal, was steht denn hier? Don't get too close. Was heißt das? Wir dürfen nicht zu nahe gehen, okay. Oh, okay. Ah, was ist das denn? Oh, Gott, oh, Gott. Emily, das war total gruselig, okay? Ich verstehe jetzt. Ich, ich weiß nicht, ob ich hier durchmische. Oh, Gott, er hat mich geschnappt. Oh, Emily, du musst wirklich ganz, ganz langsam hier durchgehen. Hier sind ganz, ganz viele von diesen gruseligen Gestalten. Du darfst auch denen auf keinen Fall zu nahe kommen, Lami. Ganz genau, so. Weiter geradeaus, Emily. Ich glaub, ich hab es geschafft. Äh, ich hab es. Oh, warte mal, hier geht's ja noch weiter. Oh, Gott, ich seh nichts. Oh, oh, da bist du ja wieder. Alter, was geht denn hier? Ja, was ist das denn für eine Foltermaschine? Äh, hier werden die ja alle richtig zermetzelt. Ganz genau, Emily, aber du schaffst es. Oh, ja, natürlich. Äh, aber wir sollen hier nicht reingehen, Lami. Wir müssen das Seil hochklettern. Welches Seil denn? Oh, Gott, oh, Gott. Hallo? Wo ist das Seil? Ich höre wieder jemanden, Lami. Nein, 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 nein. Oh, Gott, oh, Gott. Emily, wir müssen sofort dieses Seil suchen, ohne von diesem, von diesem Polizeiwäscher geschnappt zu werden. Ich höre den aber schon, Lami. Oh, Mann, das ist so gruselig. Oh, der ist hinter mir. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, ich glaube, ich habe das Seil gefunden. Oh, ich muss Hilfe. Oh, Lami, ich werde das niemals schaffen. Warum das denn? Hey, das ist total easy. Du musst einfach nur geradeaus laufen. Oh, ich habe es aber... Warte mal, der Gefängnismeister geht da gerade hoch, Lami. Moment mal, was? Komm schnell hoch, Emily. Äh, aber... Oh, Lami. Endlich bist du da, Emily. Ich bin fast eingeschlafen. Oh, was soll ich dir sagen? Der war so nah bei mir. Oh, Mann, oh, Mann. Alter, was ist das denn, Emily? Wie gruselig. Lami, ich glaube, du solltest da nicht so hingucken. Oh, Freunde, das ist wirklich das gruseligste Gefängnis, in dem ich jemals war in meinem Leben. Oh, ich glaube... Oh, oh, Gott, oh, Gott. Oh, warte mal, man wird hier ja richtig weggedüst. Oh, oh, ja, aber... Ah, okay, ich glaube, mit Springen geht es auf jeden Fall besser. So, einmal die Leiter hier hoch. Okay, Emily, ich glaube, so langsam sollten wir doch endlich ausgebrochen sein. Oh, ich hoffe es auch. Ich habe hier auf jeden Fall viel zu viel gesehen, Lami. Oh, das kannst du laut sagen. Okay. Ich will auf keinen Fall mehr ohne Licht schlafen. Wir müssen jetzt durch diese Tür hier durch. Oh, oh, okay. Wow. Oh, das sieht gut aus. Hier sieht es auf jeden Fall schon viel, viel besser aus. Oh, ja, ich glaube sogar, wir können es gleich geschafft haben, Lami. Hallo? Oh, warte mal. Wir müssen eine Spitzhacke finden. Moment mal. Wir müssen das hier anklicken. Oh, ah, warte mal. Oh, was ist das denn? Ich habe die Spitzhacke. Oh, sehr gut, Lami. Aber hast du gesehen, was hier in der Waschmaschine durchläuft? Was hier? Ach, das ist nur mein Freund Gary. Äh, ach so. Ja, hallo, Gary. Äh, wir müssen dann mal weiter, Lami. Aber... Alles klar. So, warte mal. Ähm... Oh, oh, wie cool ist das denn? Hey, wie cool. Man kann hier so einen richtig coolen Bergarbeiterhelm holen. Oh, wie cool. Okay, Emily. Dann lass uns mal buddeln. Oh, yeah. Ja, aber warte mal. Wo geht es überhaupt lang? Nein, nein, nein. Das war gar nicht gut. Okay, Emily. Das heißt, wir dürfen, glaube ich, nicht diese X berühren. So, zack und zack. Das will ich auch gar nicht. Glaube, ich bin so langsam durch, oder? Ich buddle mich einfach geradeaus weiter. Oh Gott, oh Gott. Hä? Und jetzt? Wo ist denn hier der... Oh, ich habe den Ausweg gefunden. Und, Emily, da bist du ja endlich. Oh, ja, Lamy. Das war so ein harter Weg, muss ich dir sagen. All meine Füße tun weh. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Dach gehen. Oh, nein. Hörst du das auch? Oh Gott, oh Gott. Da kommt er. Oh, nein. Okay, Emily. Wir brauchen irgendwie einen Plan. Wir müssen besser an dem vorbeigehen. Oh, Gott, oh Gott. Da kommt er schon wieder, Emily. Nein, 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 nein. Und, nein. Das kann doch gar nicht sein. Komm schon, Emily. Alle guten Dinge sind drei. Und. Oh, okay. Ich versuche, den auszutricksen. Oh, aber er hat mich gleich wieder, Lamy. Komm schon. Ich muss es schaffen. Nein. So, Emily. Ich komme jetzt. Ich glaube, ich trickse ihn jetzt einfach mal aus. Hier mit dem Tisch. So. Und. Zack. Okay, Emily. Ich komme. So. Okay, Lamy. Ich bin hinter dir. Oh Gott, oh Gott. So. Einmal hier geradeaus. Oh, warum ist er so schnell, ja, Emily? Der ist ja viel schneller als ich. Aber ich habe es geschafft. Oh Gott. Nein, warte mal, der kommt ja noch nach oben. Was ist das denn für einer? Oh, ciao. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich glaube, ich bin sicher. Und ich komme. Oh. Oh. Wo kommst du denn her? Das ist eine lange Geschichte, aber wo sind wir hier? Ich weiß nicht. Warte mal. Wir müssen. Oh. Ein Lichtschalter oder so. Einen Schalter müssen wir finden. Oh. Warte mal. Oh. Hier. Guck mal. Ich habe ihn gefunden. Lamy. Du bist echt gut. Natürlich. Ich bin der Beste. So. Dann wollen wir mal. Oh. Ein Security-Raum. Okay, Emily. Ich habe hier ein bisschen Angst. Tschüss. Wisely. Okay, das heißt, wir müssen uns vorsichtig aus... Ich nehme den hier aus. Oh Gott. Emily, das war der falsche Schalter. Das habe ich jetzt auch gemerkt, Lamy. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Schalter. Oh. Warte mal. Der ist richtig. Oh. Oh. Lamy. Als wärst du schon mal in diesem Gefängnis drin gewesen. Hey. Warte mal. Die Tür ist wieder zugegangen. Oh. Oh. Was ist das denn? Oh. Lass mich raus. Hallo. Hallo. Komm schon. Lamy. Oh. Das ist gar nicht gut. Ich muss noch einen anderen Schalter... Oh. Manu. Oh. Die Tür ist offen. Los geht's, Emily. Bevor die wieder zugeht, ey. Oh. Ja. So. Hier waren wir schon mal. Aber. Mhm. Wow. Ich glaube, diese Karte könnten wir gebrauchen. Oh. Aber hörst du das auch? Oh. Ja. Warte mal. Der ist da. Moment mal. Ich muss an ihm vorbeilaufen. Nein. Nein. Bitte nicht. Nein. Oh Gott. Ich glaube, ich muss das schaffen. Und da. Was? Der ist immer noch hinter mir. Und ich habe es geschafft. Oh. Oh. Yeah. Freunde. Oh. Wow. Emily. Oh. Wo bin ich denn hier drin? Oh Gott. Oh Gott. Lamy. Oh. Oh. Warte mal. War ich da etwa im Kaka drin? Oh. Warte mal. Lass mich mal riechen. Oh. Ja. Das war's. Du. Oh. Wie eklig ist das denn? Aber das sind ja wieder Jump'n'Runs. Wie soll ich das denn machen? Oh. Ja. So, Emily. Das schaffst du. Du musst das alles langsam machen. Okay? Äh. Okay. Und drüber. Was ist das denn? Hey. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, ich glaube, du solltest zuerst gehen, Lamy. Bevor ich dich hier umbringe. So. Zack. Und ich habe es geschafft, Emily. Okay. Bist du weg da? Oh, ja. So. Jetzt ist deine Zeit. Und, Emily. Schaffst du das? Freunde, was meint ihr? Wird Emily das schaffen? Komm schon, Emily. Und der letzte Sprung. Ich habe es geschafft. Oh, mein Gott. Das hätte ich niemals erwartet. Oh, oh. Ich erwarte Böses, Emily. Was ist das denn hier für ein blöder Schleim hier? Oh, Gott. Oh, Gott. Wie eklig. Ich bin hier wieder. Oh, mein Gott. Was ist das denn? Warte mal. Wo bist du denn? Das ist... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Oh, Emily. Wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Okay. Wo kommt die denn her? Emily, Emily. Das ist gar nicht gut. Wie sollen wir da denn vorbeigehen, Emily? Oh, die finde ich sogar noch schlimmer als den Gefängniswärter. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, Emily. Vorsichtig, ja? Oh, ja. Also, ich hoffe, ich schaffe das dieses Mal so. Über den Tisch. Oh, Gott. Da ist sie schon wieder. Oh, jetzt hier außen rum. Ich sehe die nicht, Emily. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Nein, nein, nein. Komm schon. Nein, bitte, bitte, bitte. Und nein. Oh, Emily, vorsichtig. Ja, diese böse Grusel-Oma. Oh, Gott, oh, Gott. Die kann auch noch fliegen, Alter. Das ist total unfair. Oh, die ist mir wieder dicht auf den Fersen, Lamy. So, ich bin die auch auf jeden Fall dicht auf den Fersen. Moment mal, die ist hinter mir. Und zack, zack. Und ich habe es geschafft. Ah, was macht ihr denn immer noch hinter mir? Okay, jetzt habe ich es geschafft. Oh, Lamy. Das war so gruselig. Aber ich habe es endlich geschafft. Das kannst du laut sagen. Okay, warte mal. Was steht da? Wir müssen die Falle benutzen. Okay. Will ich das wirklich? Wow, okay. Warte mal. Aber wofür ist das denn gut, Emily? Also, um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, Lamy. Okay, ich glaube, die ist auf jeden Fall nicht für uns gedacht. So, Moment mal. Ich glaube, wir müssen hier irgendjemanden anlocken. Da ist er. Moment mal. Und aktiviere die Falle. Ah, nein. Emily ist durchgekommen. Ja, komm schon und Falle aktivieren und wir haben den Wächter erledigt. Oh, wir haben es wirklich geschafft. Oh, ich hoffe, wir sind jetzt am Ausgang. Moment mal. Oh, let's escape. Okay, ich glaube, wir sind jetzt endlich da. So, jetzt sollte ein Zug kommen und Emily steigt ein. Oh, lass uns ganz schnell weg hier, Lamy. Alles klar. Wir fahren ins Phantasialand. Oh, wie cool wird das denn? Und tschau, Horrorgefängnis. Wir sehen uns nie mehr wieder. Aber, Lamy, ich habe ein bisschen Angst, dass hier doch noch was auf uns zukommt. Warte mal, glaubst du wirklich, wo sind wir denn hier? Oh Gott, oh Gott. Oh, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Oh, oh. Warte mal, was weinst du denn überhaupt? Äh, ich glaube... Oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Moment mal, wir haben überlebt, Emily. Wir leben. Du hast recht. Und was ist das denn da hinten? Moment mal, da gibt es Preise und ein Spielplatz. Yeah. Oh, das heißt, wir haben es wirklich geschafft, Lamy. Oh, das war so ein Abenteuer. Juhu. Oh, das war so viel Spaß. Oh, wir waren ganz schlecht. Oh, oh, oh. Oh, oh, okay, Emily. Das heißt, wir sind endlich erfolgreich rausgekommen. Und Freunde, was meint ihr? Wie hat euch das Video gefallen? Schreibt es unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr Obbys in Roblox sehen wollt. Das würden mich und Emily mega interessieren. Und Freunde, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos auf keinen Fall mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, schaut doch unbedingt bei meiner Freundin Emily vorbei, denn bei ihr gibt es auch coole Minecraft- und Roblox-Videos. Und ansonsten würde ich sagen, ihr könnt jetzt die letzten zwei Videos abchecken. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder. Und tschaui. Tschüss. Tschüss. Tschüss.